Kein Problem, Mr.Gay! All M, was hast du? Full House, was hast du? Absolut nichts! Zwölf Wege, wie man reich wird! Rette eine reiche Person! Danke, dass wir mein Leben gerettet haben! Kein Problem, Mr.Gay! Aber lass uns jetzt über meine Belohnung sprechen! Heirate eine reiche Person! Möchten Sie, Megan Fox, diesen Panner zu Ihrem Ehemann nehmen, dann sagen Sie jetzt, ja, ich will! Sie hat ja gesagt! Ja, ja, sie hat ja gesagt! Frag einfach! Hallo Mister, ich weiß, Sie kennen mich zwar nicht, aber ich habe mich trotzdem gefragt, würden Sie mir 4 Millionen Euro überweisen? Ja? Äh, wie verarscht! Ja? Schon wieder verarscht? Hallo? Hallo? Finde Gold! Gold! Finde Öl! Öl! Finde Wertpapiere! Wertpapiere! Täusche einen Unfall vor! Finde Eier! Finde Eier! Finde Eier! Was hast du gemacht? Nein, was soll ich es? Finde Eier! Verkaufe ein völlig behindertes Drehbuch! Okay, ich habe ein Drehbuch über einen tanzenden Affen. Was halten Sie davon? Perfekt! Gebt diesem Mann 4 Millionen Euro! Finde Eier! Finde Eier! Verkaufe ein gutes Drehbuch! Okay, fassen Sie auf! Ich habe ein Drehbuch über die globale Erwärmung! Das interessiert jeden! Was halten Sie davon? Perfekt! Gebt diesem Mann 4 Millionen Euro! Nichts! Finde Eier! Finde Eier! Finde Eier! Zerstöre deine Gegner! Limonade! 10 Cent! 10 Cent die Limonade! 10 Cent die Limonade! 10 Cent die Limonade! 5 Cent! 5 Cent die Limonade! Wer will Limonade? Nein! Xi Jinping! Klein Mobile! Klein obergeleiten! Klau! Etwas? 0! 614 One! Oh mein Gott! Schon 1 J 도 Morgest! Ha 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 ha! Oh! Kamera! Irgendwie임! Dies ist Unglaublich, dass ihr immer meine Sachen klappt. Aber wenn esych das Video schön gemacht hat! Dann schreibt es mir doch mit einem Daumen nach oben. Hier gelangt ihr zu meinem letzten Video Wie stoppt man einen Einbrecher Also wenn ihr schon öfters Einbrüche hinter euch habt Dann solltet ihr euch das angucken Weil damit haben die Einbrecher keine Chance mehr Hier gelangt ihr zu andere Scheiße Da verlinke ich euch einfach ein anderes 10 Dinge Video Oder was auch immer Werdet ihr sehen, klickt mal drauf, ist interessant Falls ihr noch so crazy Fragen habt wie Was würdest du tun, wenn, was würdest du wenn Blablabla, dann schreibt es in die Kommentare Dann wird vielleicht dein Kommentar als nächstes im Video bearbeitet Wir sehen uns nächste Woche Okay, ciao